Herzlich Willkommen bei iKey. Heute zeige ich dir, wie du im iKeyNet eine ältere Datenbank mit Hilfe der iKeyNet Restore Software wiederherstellen kannst. iKeyNet Restore wird beim Setup automatisch mit installiert und befindet sich im iKeyNet Verzeichnis. Standardmäßig befindet sich die Datenbank im iKeyNet DB Ordner unter Master Server Backup und wird vom iKeyNet automatisch erstellt. Die aktuelle Datenbank befindet sich ebenfalls im iKeyNet DB Ordner unter Master Server. Unter Sicherungen werden alle verfügbaren Backups nach Datum sortiert aufgelistet. Eine Information der aktuellen Datenbank findet man rechts unten. Die Information des ausgewählten Backups findet man darüber. Hat man die gewünschte Sicherung ausgewählt, muss zunächst der Master Server Dienst gestoppt werden und durch Klick auf Sicherung wiederherstellen kann die Datenbank wiederhergestellt werden. Anschließend muss nur noch der Master Server Dienst gestartet werden und die Datenbank wurde erfolgreich wiederhergestellt. So einfach lässt sich im iKeyNet eine ältere Datenbank wieder einspielen. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Your Finger, Your Key. My Thy support My stitches My Your My Your In My My Your My